Hi Freunde, hier ist wieder James aka Chris mit einer neuen Folge aus unserer Let's Play Reihe Communio 2017-2018 und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu Folge 133 und ja, wir haben den 20. Spieltag hinter uns gelassen und ich wollte euch einfach mal kurz eine Zusammenfassung geben wo stehen wir jetzt, was hat die Konkurrenz so geleistet, konnten wir Punkte gut machen oder nicht wer das Ding hier verfolgt, der weiß, dass es so ein Mittelmaßergebnis war, was die Spieler abgeliefert haben Problem allerdings und das ist wohl im Moment dann einfach auch der Lauf des Führenden dass es da einfach in zwei Wochen über 110 Punkte gemacht worden sind und das ist natürlich dann auch schwerlich aufzuholen beziehungsweise da dran zu bleiben, wenn es bei einem selbst, ich sag es mal in Anführungszeichen, nicht rund läuft sondern es ist okay, also es sind Spieltage, wo gepunktet wird, ohne Zweifel, aber jetzt auch keine herausragende Leistung und ja, das führt einfach dazu, dass der Gesamtpunktestand, ja, dann am Ende vielleicht nicht ganz ausreichend ist um große Sprünge nach oben zu machen Gut, gucken wir einfach mal ganz kurz drauf Ihr seht es hier ja schon, wir sind am dritten Platz geblieben Punktestand ist knapp unter 500 Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich unter Kurs, würde ich sagen aber letztlich dann vollkommen okay für eine Saison, wo wir neu starten und oder beziehungsweise neu gestartet haben und ja, ich denke mal dass man sich dann erst in der zweiten Saison steigern wird, wenn man dann fünf Spieler behalten hat und dann letztlich dann um diese Spieler drumherum eine neue Mannschaft aufbaut Aber gut, das soll keine Ausrede sein Ihr seht es, der Kontostand ist etwas gefallen insgesamt Erstmalig, ich glaube seit der Rückrunde unter 60 Millionen Wobei wir natürlich auch noch ein bisschen was vom Konto haben Da kommt noch ein bisschen was drauf durch das Tippen und durch den dritten Platz am Spieltag Aber gut Wir gucken ganz kurz auf die Tabelle insgesamt Also der Rückstand ist schon deutlich angewachsen jetzt Also auf 69 Punkte Das ist schon heftig Aber wir können uns eigentlich nichts vorwerfen Letzte Woche sind wir, glaube ich, Top 3 geworden Und diese Woche wieder Wenn man dann 60 und 54 Punkte raushaut Ja, was soll man da machen Da kannst du dann auch nicht gegenhalten, wenn es bei dir dann nicht rund läuft Also da trifft ja wirklich jeder Spieler im Moment Ob nun Kimmich ganz kurz noch abgestoppt worden ist von Lewandowski Das hätte noch schlimmer kommen können Aber auch ein Kalijui, der dann da auch 8 Punkte bekommen hat Also ich weiß es nicht Kagawa 10 plus Tor Harit Elfmeter Boateng ein Tor Also das läuft da einfach Das muss man einfach dann auch akzeptieren Und wenn man dann auf sich schaut Sind 32 Punkte vollkommen okay Und wir sind Dritter geworden Konnten also 2 magere Punkte gut machen Auf den ehemaligen Erstplatzierten Das sind also nur noch 10 Punkte Und wenn es jetzt mal laufen würde Dann wäre es natürlich dann auch Ja, schöner In den Punkten In der Punkteausbeutung insgesamt Was mir gut gefallen hat Ist, dass unser Neueinkauf Bailey Natürlich eingeschlagen hat Der hat dann halt abgeliefert So hatte ich mir das ja auch erhofft Also mit 11 Punkten bin ich auf jeden Fall zufrieden Natürlich hat auch Mali getroffen Das ist natürlich dann auch wieder immer ein Schlag in den Nacken Aber Raphael hat gar nicht gespielt Also das ist auch vollkommen okay Sorgenkind in dieser Saison ist einzig Und allein Timo Werner Der keine Punkte holt Ja, weiß ich nicht Das ist natürlich schade Der ist auch deutlich im Marktwert gefallen Zu Recht dann halt auch Wenn es dann einfach auch nicht mehr läuft Schwindet dann auch das Vertrauen der Communio Manager Wenn er natürlich jetzt mal wieder Ein, zwei Türchen macht Oder mal konstanter gut spielt Würde sich das natürlich auch wieder positiv auswirken Ja, Coman hatte getroffen Das ist auch eine schöne Nachricht Meier wie immer 2 bis 4 Punkte Ja, Marco Fabian Der muss noch konditionell ein bisschen aufholen Und dann sind wir wieder am Start Und hätten dann auch wieder einen Spieler mehr am Start Und bester Leipziger im Moment ist Sabitzer Und ja, ansonsten haben wir hier noch Unseren konstant guten Sokrates Und ansonsten war da am Wochenende eigentlich nicht viel Und deswegen konnten wir auch nichts gut machen Also Punkte gut machen meine ich natürlich Auf dem Transfermarkt können wir auch nicht so wirklich tätig werden Also wir kriegen, ich glaube 500.000 noch oben drauf Das heißt, hier hätten wir wieder 1,2 Millionen Aber das können wir hier auch nicht in irgendeinen Spieler ummünzen Da müssten wir schon irgendwas verkaufen Also sehe ich im Moment keine Notgedrungenheit Da etwas zu machen Ansonsten in der Aufstellung Wir warten halt auf Fabian Und das würde uns dann schon wieder einen Schritt nach vorne bringen Horn spielt ja leider auch im Moment nicht bei Köln Der ja dann Es war Trainingsrückstand Leichte Verletzungen in der Winterpause Dann seinen Platz ganz schnell verloren hat Aber ist ein toller Spieler Ich hoffe, dass der nochmal eine Chance kriegt in der Saison Und ja, wir müssen auf jeden Fall noch Die ein oder andere Lücke füllen Nichtsdestotrotz hat die Konkurrenz jetzt auch nicht Elfmann, das hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt Aber ja, das ist im Moment der Stand der Dinge Wir haben jetzt am Wochenende Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken Dortmund spielt in Köln Da haben wir also einen beteiligt mit Sokrates Horn spielt ja in der Regel nicht Baumann, der auch zuletzt eher viele Hütten bekommen hat Keine Punkte holen konnte Könnte sich auch das Blatt mal wieder wenden Coman weiß ich nicht, ob der spielt Könnte auch sein, dass Ribéry jetzt mal wieder von Beginn an spielt Aber Coman hatte sein Soll erfüllt mit einem Tor Und einem guten Spiel Also da sind wir auch zufrieden Hier haben wir keinen Spieler mehr Bailey natürlich unser Punktstück im Moment Ich hoffe, dass der dann einfach konstant so weiter punktet Und daraus sind wir auch angewiesen Schalke haben wir mit Max Meier natürlich unseren Ja, ich sag mal zwei Punkte Spieler Mehr ist im Moment nicht zu holen Raphael hat mehr abgegeben Und dann hoppen Also als Gladbacher Fan muss ich natürlich hoffen, dass Gladbacher gewinnt Ist auch wahrscheinlich nicht unrealistisch Werner und Sabitzer muss ich dann mal gucken Ob die überhaupt Punkte machen können Und wenn, wie viele Ja, ich denke mal Auch hier wird es für Marco Fabian nicht reichen Also wird das für uns wieder ein sehr, sehr uninteressanter Sonntag werden Und eher dann schon Freitag, Samstag Konferenz Und das Topspiel haben wir dann auch noch zwei Beteiligte Aber sonst erwarte ich jetzt auch für das nächste Für den nächsten Spieltag nicht sonderlich viele Punkte Und dann hoffe ich einfach mal, dass die Konkurrenz dann auch nicht so viele Punkte macht Und dann bin ich auch schon relativ wieder zufrieden Ja, ansonsten, wie gesagt Also das ist der Spieltag jetzt gewesen Der war in Ordnung Die Konkurrenz war nur stärker Und da läuft es einfach im Moment Da sind einfach Da treffen einfach drei, vier Spieler am Spieltag Da kannst du dann einfach auch nichts gegen machen Und ja, für den kommenden Spieltag sehe ich jetzt auch noch nicht die große Wende Aber man soll ja niemals nie sagen Und deswegen, ja, werden wir da natürlich dranbleiben Ansonsten sind wir ganz gut im Soll, denke ich 69 Punkte ist noch aufzuholen Aber man muss natürlich auch schauen Das war einfach vielleicht das erste große Ziel Nämlich den zweiten Platz erreichen Und nach hinten nicht die Leute rankommen lassen Und dann, denke ich, kann man mit der ersten Saison mit neuer Mannschaft zufrieden sein Mein Ziel ist auf jeden Fall die Top 2 Mit Top 3 würde ich mich ja gerade noch so zufrieden geben Aber das ist nicht meine Zielsetzung Also schon, Platz 2 sollte es schon mindestens sein Gut, dann seid ihr auf dem Laufenden Wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder Mit der Aufstellung, mit Tippen und gucken Was dann die Woche noch so passiert ist Also letzte Woche zum Beispiel habe ich mich ja kurzfristig ja noch Umentschieden, zwei Spiele abzugeben und dafür Bailey zu holen Wer weiß, was diese Woche passiert Mal schauen Und ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche Und wir sehen uns dann Freitag zum 21. Spieltag wieder Und bis dahin Haut's rein, euer Jemers Bye, bye und tschüss, Rino